Ja, zusammen da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve und ja, wir waren ja beim letzten Mal hier, haben wir Eve gefunden im Museum und ja, die hat es ganz herzlich geschafft, die ist nochmal entkommen und jetzt hat sich mittlerweile das Militär eingeschaltet und will uns retten. Also es geht wirklich jetzt aufs Finale zu und ich würde sagen, dann mache ich jetzt hier einfach mal weiter. Officer Breyer vom New York Police Department, richtig? Ma'am, es ist meine Pflicht, Sie zu begleiten, Sie zum Flugzeugträger zu begleiten. Was? Sie begleiten zum was? Ja, es geht direkt weiter, hier Action geladen und es geht also auf einen Flugzeugträger. Oh mein Gott, Leute, das Finale rückt näher. Ich merke schon. Schaut euch das an. Willkommen an Bord des Stolzes der Navy Denimitz. Ich bin Williams, ich kommandiere dieses Schiff. Es tut mir leid, dass es so kurzfristig kam. Hey, besser Sie tun er ja nicht in Gefahr bringen. Sie! Wer denken Sie sind Sie, dass Sie mit dem Kapitän so reden? Es ist schon richtig, Lynch. Nach allem hat er recht. Was? Was meinen Sie? Sie sind die Einzige, die nicht von ihr verbrannt werden kann. Deswegen frage ich Sie, ob Sie in den Hubschrauber steigen und die Kreatur anjucken, also eine Rakete reinschießen. Moment mal, Aya kann kein Helikopter fliegen. Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Der Hubschrauber ist auf Autopilot. Sie wird keine Probleme kriegen. Oha. Also, dann muss sie nur aus einer Distanz feuern, wo sie nicht verbrannt werden kann. Nun, die Waffe, die Waffe muss von einer, in einer, ach wie sag ich das jetzt, in einer kleinen Range gefeuert werden, damit sie arbeitet. Und wir können nicht so nah ran, weil wir sonst verbrannt würden. Genau. Nun. Ich mach es. Aya, niemals. Niemals fährst du da hoch. Unser Schicksal liegt in deinen Händen. Aya. Daniel, okay. Das Ding. Das ist nicht Lorraine. Mach es für Lorraine. Mach es auch für Lorraine, Aya. Warte, Aya, bitte nimm das. Ach, komm schon, Mann. Wir brauchen nicht diese Lakshams. Ja. Ja, okay. Ja, natürlich, Aya, bitte. Pass auf dich auf da oben, okay? Natürlich. Ich bin jetzt immer gut. Oh, Leute. Neue Cutscene. Oh, geil. Wir steigen in den Hubschrauber. Maja. Ihre Schwester. Ja. Oh, Leute. Geil. Schau dich erst an. Die Kreatur ist in Sichtweite. Wechsel zur Formation 2. Aha. Okay. Was? Was passiert hier? Vom letzten Kampf haben wir diesen Angriff erprobt. Wir sind so positioniert, wir sind aus einem Grund so positioniert. Was meinen Sie? Oh. Boah, ist das geil. Wir verhalten uns wie ihr Schild, sodass sie die Kreatur attackieren können. Was? Was? Nein. Ich mach das nicht ohne ihre... Oha. Oha, die opfern sich. Okay. Wir begeben uns in Feuerreichweite. Bereiten Sie sich zum Angriff vor. Na schön. Bitte bewegt euch von euch weg. Von mir weg. Jetzt. Wir können... Wir müssen unserer Pflicht nachgehen. Äh, außerdem sind wir schon in Reichweite. Okay. Boah, übel, Leute. Das ist doch unfassbar. Seit Weihnachten. Seit Weihnachten wurde ich... In meinen... Als... Wurde mir ein Fluch in meinem eigenen Körper auferlegt. Warum ich? Warum passiert das mir? Ich, ich verstehe das nicht. Aber... Das interessiert mich jetzt nicht mehr. Wegen Eve... Wegen Eve. Ich bin die Einzige, die dich zerstören kann. Ein für alle Mal. Maya. Ich werde das beenden und dich für immer ruhen lassen. Wow. Okay. Oh, Treffer. Das war doch gut. Die Freiheitsstatue weint. Mit Schleim. Kaputt. Die schöne Freiheitsstatue. Mensch, Mensch, Mensch. Die Eve muss doch echt alles im Arsch machen. Wir haben's geschafft. Gut gemacht. Das war... Herausragend. Kommen Sie zur Basis zurück, Arja. Nein, das ist noch nicht vorbei. Was zur... Oh mein Gott. Da ist sie wieder, ey. Die Eve, ey. Die hält so viel aus, ne? Was... Was dir schon alles... Ah ja. Komm sofort zurück. Es ist zu gefährlich, um weiterzumachen. Komm zur Basis zurück. Wir müssen planen. Aber... Speichern? Ja, klar. Nein. No way. Brauch ich nicht. Oh, save's dead. Ja, ja, bitte. Ich muss dir was geben. Hm. Ist schon weg. Vergessen Sie es. Sie ist schon auf mute. Oh, Leute, Endboss. Ziemlich viel Story gerade, aber es ist geil. Es ist... Es geht wirklich... Es ist nur straks aufs Finale zu, Leute. Oh. Und wir sind eben im Schleim. Ich kann mich schon denken, was hier ist, ey. Bin ich voll geheilt? Ich bin voll geheilt. Die Waffe. Ja. Die MPs sind voll. Ja, sehr gut. Ja, schaut euch das an. Also... Also was, du... Steve, ey. Ist ja eklig aus. Meyer. Hm. Das muss der Name meines Host... Meines Wirtes sein. Lass mich mal herraten. Deine Schwester? Du hast die Möglichkeit, dich zu evolutionieren. Warum hast du... Warum nimmst... Warum stehst du auf der Seite einer verdammten Spezies? Die Menschheit ist nicht verdammt. Meine Mitochondrien... Wenn meine Mitochondrien die Möglichkeit haben zu evolutionieren, dann evolutioniert sie sich... Dann evolutioniert sie sich weg von dir. Nicht loswerden. Ha ha ha. Ich liebe diesen Sinn für Humor von Mädchen. Warum töten Menschen? Menschen töten andere Kreaturen und sie töten sich selbst. Wir haben unsere Gründe, aber du bist ein guter Grund genug für uns zu töten. Ha ha ha. Alle Organismen haben ein Territorium. Dieses Territorium wird von natürlichen Feinden beschützt. Aber bis jetzt hatten die Menschen keinen solchen natürlichen Feind. Das ist das, was euch erlaubt hat, bis jetzt zu entwickeln. Ihr Wesen müsst über euren Wissensstand als historisch denken. Aber ihr seid falsch. Ihr liegt falsch. Wir Mitochondrien haben im menschlichen Körper gewohnt und haben euch erlaubt, euch zu entwickeln. Ja, ja klar. Was? Ha ha ha. Wir Mitochondrien haben euch die für uns perfekte Umgebung kreieren lassen. Menschen sind abhängig von Zivilisation und haben die Verbindung zu inneren physischen Fertigkeiten verloren. Ähm, siehst du nicht das perfekte Szenario? Was? Dann sagst du also, dann waren die Menschen nur am Leben für die Mitochondrien? Hm. Ihr Menschen habt uns nur als Transportmittel gedient. Was meinst du? Transportmittel, um uns durch die Zeit zu bringen, bis die Mitochondrien wieder frei wird. Gott, das ist die Bescheuerte. Ha ha ha. Aber du siehst, dieses Vehikel ist nicht mehr von Nützen. Von jetzt an wird die Mitochondrien die menschliche Rasse dominieren und die ganze Welt. Oh mein Gott. Leute, wirklich. Wieder die Weltherrschaft. Krank. Das ist einfach nur krank. Gut, Leute, wir haben den Bosskampf. Ich mach direkt mein Liberate. Ha ha ha. So, Leute, ich mach direkt mein Liberate hier. So. Geh drauf, Eier. Los, zack. Zack. Oh, war das vielleicht ein Fehler, hä? Nein, nein, das passt schon so. Zack. Die wechselt nämlich das Ziel. Die EVE, die hat nämlich mehrere Ziele hier. 319. Ja, Mann. Zack. Zack. So. Die hat nämlich drei Ziele und die drei Ziele können verschiedene Sachen machen. Das ist das, Leute. Und genau, da würde ich sagen, schieße ich jetzt einfach, bis das zweite Liberate da ist. So, seht ihr das da? Oh Gott. So, dann mach mal schön, äh, schönen Burstschaden. Oh mein Gott. Shit, lass mich los, ey. Boah, die zieht so viel ab. So, aber, nicht schlimm. So, gut. Das war aber noch ein okayer Angriff. So, trifft das? Ne. Nein, 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 da, 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 da. So, weiterschießen. So. Einfach weiter schön Damage drauf machen. Das scheiß Ding da. Es sind aber nur noch zwei Ziele, ne? Seht ihr? Oh. Shit. Okay, gut. Egal. Bosskampf. Oh mein Gott. Bosskampf gegen Eve, Leute. Aua. Ja gut, aber das geht noch. So. Haben wir es bald mal? Uah. Lass mich bloß mit deinen Händen in Ruhe, ey. Ah, sie hat einmal gestöhnt. Das heißt, äh, ein Ziel ist weg. So. Noch ein Ziel ist weg. Sehr gut. Alles klar, da muss ich mich gleich mal heilen. So, es ist nur noch ein Ziel. Oh. Ach, du Heilige. Gut. Äh, meine PE sind voll. Allerdings nehme ich meine Medizin 3. So, 180, 70, ja toll. Egal, Leute. Äh, äh, noch einmal liberate. Mach noch einmal liberate. Komm, dann ist das Ding jetzt nämlich erledigt. Dieser Boss, ey. Meine Güte. So, zack. Zack. 270 Schaden. Sieben Mal. So. Leute, zack. Zack. So. Jetzt geht es mal weiter hier. So. Alles klar, Eve. Wenn du jetzt noch lebst, ne? Nein. Sehr gut. Wir haben's. Hahaha. Ich gebe dir ein paar Punkte dafür, dass du es versuchst. Aber genug von diesem Unsinn. Oh, nein. Die hat eine zweite Phase. Shit. Das hab ich voll vergessen. Ja, gut. Sieh zu und lerne, was Evolution wirklich heißt. Oh, Gott. Oh, Gott. Es gibt tatsächlich... Oh, nein. Es gibt eine zweite Phase. Verdammt. Voll vergessen. Oh, schaut mal. Oh, okay. Bei diesem Ding ist es jetzt echt krass. Das Ding ist sehr schnell. Schaut euch das an. Wie schnell die ist. Oh, verdammt. Ich bin verlangsamt. So, weißt du was? Nimm mal hier. Moment. P. Ah, schade hab ich nicht. Nimm mal hier. Vollkür, komm. So, mach diese Scheiße weg. So. Und schon wieder. Gift. Vergiftet. Und ich hab eine Medizin 4 benutzt. Ja, gut. Äh, was? Okay. Egal. Ähm. Detox. Detox. Komm, Detox. Kein Bock mehr auf das Gift. So, Leute. Einfach in Bewegung bleiben hier. Äh. Äh, das Ding ist doch schnell. So, nochmal draufschießen. So. 170 Schaden. Oh. Ach, du Heilige. Oh, Gott. Boah. Was war das für eine Attacke, Leute? So. Ich warte auf meine PE, bis die voll sind. Nochmal schneller PE. Ach, verdammt. So, jetzt. Liberate. Los. Kampf der Giganten, Leute. Kampf der Mitochondrien. Weißt du mich doch an, der sind stärker, hä? Ah, zack. Zack. Epischer Kampf hier. So. Engel gegen Engel. So ungefähr. So. Ich kann das auch, meine liebe Eve. Bist du kaputt? Oder brauchst du noch? Die braucht noch. Oh, Mann. Nein. Hey. Geil. Ha. Wir haben es geschafft. Cool. Ey, ich verstehe das nicht. Nein. Du kannst nicht unser natürlicher Freund sein. Nein. Ja. So schnell kommt das zurück, Eve. So schnell kommt es zurück. Blöde Tussi. Aber die sieht schon gut aus, ne? Wenn das jetzt nicht, äh, kein Monster wäre. Sie ist tot, Leute. Sie ist tot. Boah. Was war das denn? Boah, das sah krass aus. Das sah krass aus. Oh mein Gott. Sie hat es aber geschafft. Leute. Da müssten eigentlich so ein paar Mitochondrien sein. Ah, nee. Da sind ein paar Mitochondrien, die eine andere Art von Evolution durchlaufen haben. Denkt drüber nach, Eve. Ja, Mann. Boah. Also, wir haben das erste Ding geschafft. Leute, aber ich kann euch nochmal sagen. Tag 6, Leute. Liberation. Freisetzung. Jetzt wird es nochmal krass, Leute. Jetzt wird es nochmal krass. So. Jetzt kann ich euch jetzt schon sagen, das Finale wird episch, Leute. Ah ja, komm schon. Ah ja. Was ist, was ist mit dir? Ha. Du warst großartig. Ah ja. Das zeigt mir mal wieder, dass mein Partner alles hinkriegt. Ja. Ah ja. Ich bin erleichtert, dass du es sicher noch zurückgeschafft hast. Warum zur Hölle hat Eve uns das all das beschert, zu der Freiheitsstatue? Wegen dem Ozean und was er symbolisiert. Die See ist die, das Meer ist die Mutter aller Kreationen. Das ist, wo sie, wo sie entbinden wollte. Oh ja, Mann. Boah. Boah, Leute. Wir haben es echt geschafft. So sieht es zumindest aus. Wenn es dir nichts ausmacht, hätte ich gerne ein bisschen Zeit für mich. Ja, okay. Ist hier noch irgendwo mal jeder? Guckt mal, guckt mal, Leute. Ist auch so ein riesen geiles Schiff. Richtig cool. Oh ja, was. Es sieht so aus, als hätten wir es geschafft, ne? Jeder andere ist drin. Ist. Drin? Okay, drin. Gut. Dann mach die Tür auf. Boah. Das ist schwer. Oh mein Gott, Leute. Finale. Wir brauchen das nicht mehr. Ah, Wayne. Wir brauchen das nicht mehr. Nimm das. Ah, ja. Wir halten es als Souvenir, ne? Ja, danke. Ach nee, die, die da haben geredet, okay. Ah, ja. Wayne ist den ganzen Weg hierher vom Polizeireviel gekommen und ihn zu sehen. Jo, ah, ja. Äh, ich bin mal draußen. Der Geruch von Oil macht mich ein bisschen schummerig. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste, dass du es schaffst. Als ich gehört habe, dass du dieses Ding in zwei Teile geschnitten hast, musste ich einfach hier hinkommen. Jeder sagt, dass du jetzt der Nummer eins Polizist in New York bist. Hey, was ist los? Du hast das Ding getötet. Bist du nicht froh? Bist du nicht froh? Ich denke mal, du bist in Schockzustand oder so, ne? Ja, äh, das ist, möglicherweise bist du auch müde. Ich danke, ich denke, ich nehme diese Dinger, ich nehme diese Dinger, das, hä? Halt, ja, das Ding ist halt ein Jahr weh, so. Ah, ich nehme dir diese Dinger ab und du musst dich mal ausruhen, okay? Brauche ich nicht. Hey, als ein Souvenir dafür, dass du Eve gekillt hast, nehme ich, mache ich einen Waffe, einen Namen in deine Waffe. Waffe. Nee, Leute, wisst ihr was? Hier könnten wir jetzt was umbenennen, aber das mache ich nicht. Das ist so schön, hier auf diesem Kreuzhaus zu sein, hä? Ich werde meinen Mutter davon erzählen. Oh, cool. Leute, mein Gott, wir könnten hier noch einmal speichern, mache ich aber nicht. Was sagt der hier noch? Gut gemacht. Ich habe ein paar Vorräte bekommen von Admiral Williams. Wir bedienen sich, was wir brauchen. Boah, Medizin 4. Medizin 4. Gib mir noch mehr Medizin 4. Komm. Ah, da hat er keine mehr von. Okay, dann gib mir bitte Medizin 3. Medizin 3. Ah, unser Inventar ist voll. Okay, gut, Leute. Unser Inventar ist voll. Was machen wir denn da? Wir haben noch sehr, sehr viel Medizin. Also das wird doch, denke ich, mal klappen. Revive haben wir noch. Jo, Fulker. Das kann, denke ich, mal weg. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Clemkey. Der kann auch weg eigentlich. Wayne. Komm mal her. Du musst mir doch mal ein bisschen... Hold Items. Clemkey. Select. Ja, Mallorca. Marita. Move. Move. Das brauche ich nicht, ne? Das geht nicht. Der Clemkey. Move. So. Habe ich hier noch irgendwas? Ich habe noch ein Tool. Aber das brauche ich auch nicht mehr. Wir sind wirklich kurz vorm Finale, Leute. Oh mein Gott. Ich bin so aufgeregt. Wir haben aber genügend Medizin. Also das sollte klappen. Wir haben genug Medizin, Leute. So. Gebt mir noch mal ein Medizin. Medizin 3. Medizin 3. Medizin 3. Oh ja, geil. Hat er nicht mehr. Okay, Leute. Gut. Hat er noch irgendwas? Amo. Ja, komm. Gib mir Amo. Amo 30. Amo 30. Amo 30. Ihr seht, wir werden auf irgendwas hier vorbereitet. Gut, Leute. Dann. Würde ich mal sagen. Wir müssen hier raus, ne? Aber bevor wir hier rausgehen, liebe Leute. Es tut mir leid, aber ich muss es nochmal cutten. Ähm. Ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke kläuten. Äh. Würde mich sehr freuen. Und wie es dann im Finale jetzt zugeht, liebe Leute. Das würde ich sagen. Sehen wir beim nächsten Mal. Und ja. Dann hoffe ich, dass euch diese Folge hier gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst mir doch mal, wie gesagt, gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und. Ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Einen schönen Tag. Ne? Tschüss. Tschüss.